Das Nebelstand nahm und komplett bis auf die letzte Schraube zerlegt wird. Die Hispano Aviation HA 200 sei da. Die Seita wurde in den 50er Jahren von einem deutsch-spanischen Team unter der Reitung von Willi Messerschmidt in Spanien konstruiert. Die Seita wurde von einem gemeinsamen Spanisch-German Team geöffnet. Die Seita wurde von Willi Messerschmidt in Spanisch. Die erste von diesen Spanisch-German in 1982 geöffnet wurde. Aber sie wurde in die Beziehung bis in den 1990s mit der Egyptische Luft. Das war's. Wir sind in der Mitte der Arena. Wir sehen uns die letzten in Helicopters, Transport- und Attack-Helicopters. Jetzt kommen wir sofort zurück in die Zeit zu einem der ersten Masch-Produkt-Successful Helicopters.